Einsame Spitze! Ja, und die kommt von der St. Martinus-Schule. Das ist die Präa Neutschläger. Präa, das ist noch raus. Und hinterher eine ganz coole Nummer, 999, Anna Durau, auf den letzten Metern. Sie kommt FVB. Und die 361, das ist unsere dringplatzierte, das ist die Elis Mollmann von der Kortschule. Prima, Mädels. Immer mehr kommen jetzt die 602, Katharina Tönnesen. Klasse, Mädels. Oh, da sind schon Schmetterling, der hier ins Ziel fliegt. Super, weiter! Ja, der eine und andere hält sich. Krass, sehr schnell. Da geht das ein bisschen seitenschlächtig bei der 1846. Christina Arouc, der hier in Guga. Super macht ihr das! Die letzten Meter in Sport! In der letzten Kurve noch mal, richtig glaskig in die Gnade, innerhalb von der Pazarozzi-Schule. Juni, Michalis, Gernes-Schule. Und nach vorne sind die 3004 auf den letzten Metern. ... ... ... ... Vielen Dank.